Musik Katholischen Haltern am See kommt heute vom Friedhof hier in der Innenstadt. Über sieben Brücken musst du gehen. Diesen Schlager, dieses Lied haben sie vielleicht auch ein bisschen im Ohr. Wenn zwei Menschen zueinander gehen über eine Brücke, dann ist das vielleicht ein Zeichen des gemeinsamen Gehens oder des, wie hier auf diesem Grabstein, des aufeinander Zugehens, des vielleicht auch Aufeinander Wartens. Wenn einer schon gestorben ist und auf seinen Ehepartner wartet, ich finde diese Darstellung in all ihrer Einfachkeit auch klar und deutlich, dass zwei zueinander gehören auch über den Tod hinaus. Gehen wir über sieben Brücken, vielleicht noch viel mehr in unserem Leben, aber die letzte Brücke, die wird uns alle nicht erspart bleiben. Die Brücke, die uns dahin führt, wo der Herr selber sagt, dass das Reich des Vaters ist. Wir nennen es auch Himmel oder Paradies. Diese Brücke zu beschreiten und sie überschreiten zu können, um an ein neues Ziel zu kommen. Das ist Weg, das ist Glaube und Hoffnung. Ich wünsche Ihnen allen mit diesem Bild und diesem Blick einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Ich wünsche Ihnen allen mit dem Bild und 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 dem Bild. Vielen Dank.